Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen aber feinen Linux Tutorial. Heute geht es um Top, das ist ein wundervolles Kommandozeilen-Tool, einfach nur Top eingeben im Terminal. Das ist so ziemlich auf jedem Linux System vorinstalliert, zumindest auf allen, die ich bisher irgendwie in der Hand hatte, glaube ich. Und ja, wir wollen da mal ganz kurz durchgehen, das ist nämlich sehr, sehr nützlich. Man benutzt es zur Prozessüberwachung. Was bedeutet Prozessüberwachung? Wir wollen wissen, was für Systeme oder was für Prozesse gerade bei uns irgendwie laufen und ja, ziemlich viel Informationen eigentlich, die in diesem kleinen Tool bereitgestellt werden. Ziemlich geil. Okay, was wir hier erstmal haben, sind ein paar in der Top-Zeile, ein paar Informationen. Ihr seht, dieses Tool aktualisiert sich auch permanent und das ist mega geil. Okay, hier oben sehen wir die Uhrzeit, die sich immer wieder aktualisiert, alle drei Sekunden, das ist es glaube ich. Und hinten dran sehen wir, wie viel oder wie lange ist das System tatsächlich schon am Laufen. Bei mir sind das fast sieben Stunden, ich sollte mir langsam Gedanken machen, denn es ist erst 14 Uhr. Ihr könnt jetzt euch ausrechnen, wann ich aufgestanden bin, denn ich habe als erstes, glaube ich, meinen PC angemacht. Tja, okay, naja gut, lassen wir das Ganze. Load Average, was bedeutet Load Average? Load Average bedeutet, wie ausgelastet ist euer System und zwar in der letzten Minute. In den letzten 5 Minuten und in den letzten 15 Minuten im Durchschnitt. Das bedeutet, ja, wir können hier quasi rausfinden, aha, vor 15 Minuten war es gerade noch nicht so ausgelastet, wie jetzt in der letzten Minute. Das liegt daran, dass ich jetzt halt gerade am Aufnehmen bin und ihr seht es hier auch irgendwo Puls Audio, na. Ja, und Simple Screen Recorder sind ziemlich hart am Fressen, aber das ist auch völlig in Ordnung. Irgendwas muss ja Leistung bei mir fressen, ne. Was bringt mir ein PC, der die ganze Zeit auf 0% rumgeiert, das ist ja irgendwie blöd. Okay, so, jetzt schauen wir uns hier mal genauer die Tasks-Zeile an. Tasks bedeutet, wie viele Systemprozesse oder generell Prozesse laufen tatsächlich gerade oder sind generell insgesamt gelaufen. Wie viele laufen aktuell gerade, ähm, auf einmal. Wie viele Prozesse schlafen gerade, das ist eine Scheduling-Sache. Ähm, wenn ihr zum Beispiel 8 Kerne habt, dann könnt ihr 8 Prozesse gleichzeitig laufen haben, mehr geht nicht. Ähm, die anderen schlafen dann und aktiv sind aber trotzdem insgesamt alle. Also 271 und ein paar schlafen dann halt und irgendwie habe ich es auch geschafft, ein Zombie zu haben. Das heißt, ein Prozess, der nicht mehr gebraucht wird, aber der trotzdem noch irgendwie bei mir rumfährt und Ressourcen frisst, was ich irgendwie nicht so geil finde. Aber hey, ein paar Zombies sind doch geil. Zombie-Aberkalypse, FTW. So, ähm, CPUs. Was bedeutet der ganze Kram jetzt hier? CPUs, ähm, gibt euch sozusagen an, was gerade so hier irgendwie bei der CPU abgeht. Und hier vorne haben wir, ähm, ja, eigentlich haben wir hier die Verteilung von was für Prozesse fressen wie viel. Also Systemprozesse oder, ähm, ja, generell sowas halt. Da gehe ich nicht weiter drauf ein, das ist irgendwie auch ein bisschen unnötig, wenn ihr hier oben den Load-Average habt. Und, ähm, hier steht sowieso Prozent-CPU, wobei das bei mir gerade so ein bisschen arg verbuggt ist, wie ihr gleich sehen werdet. Okay, ähm, so, Swap haben wir hier tatsächlich keinen. Ich habe auch, äh, irgendwie keinen Swap bei mir eingerichtet. Habe ich irgendwie vergeiert, aber hey, macht ja nichts, ne? Ähm, und das ist mein Arbeitsspeicher. Da sehen wir, wie viel Arbeitsspeicher habe ich insgesamt, wie viel ist benutzt. So viel wirklich okay. Und wie viel ist noch frei? Ich sollte Firefox zu machen. Firefox frisst nämlich bei mir, wie wir hier sehen können, irgendwo, ähm, extrem viel Speicher. Okay, gehen wir kurz durch diese Prozesse hier durch. Das hier vorne, diese Pit, ist die Process-ID. Ähm, Process-ID zeigt euch an, wie sieht es denn eigentlich aus und, äh, kann ich eventuell diesen Prozess töten. Das würdet ihr dann über die Process-ID machen. Ähm, ja. Und ihr könnt ja auch tatsächlich live, soweit ich weiß, jemanden töten, also einen Prozess töten. Ähm, einfach K eingeben und, äh, dann könnt ihr sofort sagen, okay, ich möchte Prozess mit der ID 3207 töten, dann würde ich die VirtualBox bei mir abschießen. Ähm, wir können auch nach Usern suchen, einfach U eingeben und dann können wir eingeben, welchen Benutzer, ähm, und dann sage ich zum Beispiel hier einfach Morpheus. So, und jetzt habe ich plötzlich nur noch die Prozesse von Morpheus und nicht mehr die Prozesse von Root. Ähm, wobei ich jetzt natürlich wieder zurück wechsle, einfach leer lassen für alle und easy, haben wir schon. So, wie gesagt, bei K könnt ihr angeben, welchen Prozess ihr töten wollt, ähm, und ja, da habt ihr haufenweise Möglichkeiten eigentlich. Ähm, ihr könnt übrigens auch hier ganz einfach angeben, wie ihr die Prozesse sortieren wollt. Also P, äh, ja genau, ein großes P ist das Sortieren nach Prozessorauslastung, da sehen wir es hier. Und ein großes M bedeutet, ich sortiere nach der Auslastung von meinem, ähm, Arbeitsspeicherverbrauch. Und wir sehen hier, was am meisten Arbeitsspeicher tatsächlich bei mir frisst, ist, ähm, VirtualBox mit hier 2,4 Gigabyte Arbeitsspeicher, deswegen dieses kleine G hinten dran, während hier Firefox frisst 2 Gigabyte. Und ja, ich habe unglaublich viele Tabs in Firefox offen, aber, hey, was soll man machen, ne, irgendwo müssen die hin. Und, ähm, ja, dann haben wir noch Cinnamon und, ups, da sind wir und so weiter und so fort. Okay, ähm, das ist sozusagen, achso, halt, stopp, ich bin ja noch gar nicht durch die einzelnen Dinger durch. Okay, ähm, also was bedeutet hier User? User bedeutet, wer hat den Prozess gestartet? Ähm, ja, das ist in den meisten Fällen mein Prozess gewesen. Root habe ich nur ein paar wenige. Theoretisch, ja gut, X-Archive, klar, das ist, äh, quasi mein Desktop. Ähm, PR bedeutet Priorität. Das heißt, wie wichtig ist dieser Prozess, die kann man natürlich umstellen, aber in den meisten Fällen hat man einfach überall gleiche Priorität, ist dann auch am meisten sinnvoll. So, NI habe ich keine Ahnung, was das bedeuten soll und, ähm, ja, Race hatten wir schon irgendwie drüber gesprochen. Ähm, genau, hier, Prozent CPU ist vielleicht noch ganz witzig, dass ich hier einfach Prozesse habe, die 132 Prozent CPU fressen und einen, der 159 Prozent CPU frisst. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube aber, dass das einfach dafür steht, ähm, wie viel von einem Kern es frisst. Also, das heißt tatsächlich ein Kern, aber ich glaube, selbst das ist zu viel. Also, wahrscheinlich wird es ein Bug sein. Denn hier oben sagt es ja, Load Average 2,6, ähm, was mit 150 Prozent CPU-Auslastung, selbst wenn es nur ein Kern ist, irgendwie nicht mehr hinkommt. Auch wenn ich acht virtuelle Kerne habe, sind es immer noch weit mehr als nur zwei Prozent. Aber Prozent Memory dürfte ziemlich genau hinkommen. Ähm, 20 Prozent meines Arbeitsspeichers wird von Rushable Box belegt, 20 Prozent auch ungefähr von Firefox. Und dann sehen wir hier die Uptime, also wie viel Stunden ist dieser Prozess am Laufen. Ähm, und wir sehen auch, dass das eigentlich nicht sein kann, denn meine insgesamte Laufzeit ist hier tatsächlich geringer. Ähm, und dann möchte man vielleicht drauf kommen, dass man, auch wenn man es hier aktualisieren sieht, äh, dass hier ständig mehr als nur eine Sekunde sich updatet. Das heißt, ähm, wir haben hier in Minuten, Sekunden und Millisekunden die Zeit und nicht wie hier oben in Stunden. Das verwirrt mich auch öfters. Man muss sich auch gerade nochmal nachdenken, warum denn jetzt 300 Stunden. Aber es sind ja 300 Minuten und das kommt vielleicht hin, weil ich habe Rushable Box mit dem Systemstart offen. Okay, ähm, wie gesagt, das hier ist halt, ja, ist halt so, ne, ist ein bisschen komisch, aber mag komisch aussehen, ist aber tatsächlich so. Ähm, was bedeutet jetzt hier SHR? Ja, das bedeutet SHARED MEMORY SIZE, das bedeutet, äh, das ist das, ähm, der Speicher, der wirklich auch mit anderen Prozessen geteilt werden kann. Das spricht, äh, sprich, dieser Speicher, den Virtual Box belegt, den können andere Prozesse aber auch noch benutzen. Warum das geht? Ähm, weil es einfach geil ist und weil mittlerweile alles so unglaublich optimiert ist, dass jeder Speicher fünfmal belegt werden kann, so gefühlt. Ähm, sehr, sehr nützlich. Und, ähm, was hatten wir noch nicht hier, genau, wird, ähm, ah, MI ist übrigens der Nice Value, Nice Value, ähm, ist aber relativ unnötig. Ähm, je negativer der Task ist oder generell je negativer der Prozess ist, ähm, das bedeutet, er hat eine höhere Priorität und ein großer Nice Value, also, ähm, wenn er höher als Null ist, bedeutet er hat eine niedrigere Priorität und einfach Null bedeutet Standard Priorität. Gut, ähm, jetzt zu WIRT. WIRT war, glaube ich, das Einzige, was wir hier noch nicht gemacht hatten. Das ist das Virtual Memory, also wie viel, äh, virtuellen Speicher benutzt dieser Task. Und, ähm, ja, das ist tatsächlich aller Code Daten, äh, irgendwelche Bibliotheken oder sowas, die, ähm, swept out sind, also gerade nicht mehr benutzt werden. Das sehen wir hier ist auch tatsächlich einiges, also wir haben hier 5 Millionen Byte, die da ausgeswappt sind in virtuellen Speicher, der sozusagen, ähm, gerade nicht aktiv ist. Ähm, ja, ziemlich viele Sachen bei mir offen, ihr seht's, aber ist auch gut so, denn ich brauche die auch meistens alle irgendwie und ich habe schon versucht, so weit wie möglich irgendwie zu reduzieren. Aber hey, was soll man machen, ne? Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt jetzt mit dem Tool Top was Schönes anfangen. Zum Beispiel für einen Server könnt ihr mal gucken, was am meisten Last braucht oder generell wie viel Last dieser Server auch tatsächlich gerade zu tragen hat. Sehr, sehr nützlich, glaubt mir, bis zum nächsten Mal, ciao.